Skylines Mass Transit und das ist die sechste Part jetzt, oh, das muss mal bald Feier gehen. So, wir haben jetzt Menge Geld wieder, 64.000 und 18.000 Anwohner. Aber ich werde auch sofort jetzt sagen, bevor das ich gehe, rein mit dem neuen Plan, mit Straßenbahnen, dass ich bedecke das wieder hier. Weil das ist auch wieder alles frei und das wollte man nicht direkt. Und ich schaue gerade, ah, der Verkehr wird auch besser jetzt gemacht für die Landwirtschaft. Wo ich muss sagen, da könnte man noch viel mehr machen für den Moment, aber ich kümmere mich noch um diese Viertel eher zu bauen, weil irgendwie da ist noch so viel Abstand. Und dann machen wir auch wieder folgendermaßen. Ja, ist doch kein Problem mit Abreise. Warum soll die Leute sich beschweren, wenn ich muss abreise? Ah, Moment, ich gucke mal gerade. Das wir machen so. Jawohl. Und sowieso jetzt machen wir so an der Straße noch. Ah, das wäre nicht so optimal, wie ich habe mich geplant. Aber jetzt haben wir auch ein kleines Eck, wo ich kann das auch benutzen, ohne dass Sie die Sinn der Sache sehen. Ja, ich gucke mal gerade. Ja, die Straßen sind ein bisschen parallel. Aber auch für Sache, ich benutze wieder diese Fläche. So, jetzt. Ja, die Leute sind nicht so zufrieden am Anfang, das ist klar. Aber was ich brauche, ist Anwohnerzahlen. Und da bauen wir auch wieder richtig. So, ich weiß nicht, ob das bringt, was hier wieder was zu machen. Und okay, jetzt haben wir das. Wir haben auch schon unsere kleine Skyline hier darüber. Oder noch nicht so Skylines, aber da kommt noch was. So. Und ihr war das auch so, was ihr, ja. So. Jetzt. Wir haben das wieder umstrukturiert. So wieder strukturiert. Wo ihr ist noch wieder was frei, aber ich weiß nicht, ob das ist wieder ein Sinn, die Sachen, das zu verbunden. Kann man machen, kann man machen. Aber dafür, es fällt wieder was. Egal. Da brauchen wir wieder shoppen. Also sowieso, es wird verlangt, shoppen. Das ist wieder neu strukturiert. Das ist doch super. Und sowieso, hier muss ich gucken. Da wird es vielleicht nicht so große gebaut kommen, aber... Egal, wer dich behauptet, oder ich umwende das. Kann man das umwenden? Ne, kann man nicht mehr. Okay. Aber sowieso kommt wieder was. Okay. Das ist eine Sache. Und ihr... Okay. Jetzt übrig. Wusste ich diese... Diese... Ich sag mal, das... Ah, ich weiß wo. Ich wollte jetzt meine... Bahnenstraße. Anstelle. Und dann brauchen wir ein Depot. Haben wir sowieso genug Geld. Da kann ich auch schön loslegen. Aber mal gucken. Bahn, nee. Straßenbahn, ja. Ja. Für mich aus. Kann man das hier abreißen. Da stellt man das hier her. Ja, die sind unzufrieden wieder. Aber das ist egal. Ope sagt, wir haben jetzt... Unsere Straßebahn. Haha. Gut, das kostet auch wieder Geld. Aber wir sind schon im Plus. Das gefällt mir. Und dann, Achtung. Straßebahn. Machen wir jetzt neue Linien hinzufügen. Ja. So, ich guck mit euch. Machen wir hier an alte Stelle. Machen wir wieder hier an alte Stelle. Dann machen wir hier her. Hier her. Hier her. Das soll doch... Änige Sachen decken, diese Straßebahn. Hier her. Und hier... Machen wir diese... Linien abschließen. Okay. Dann jetzt kommt eine neue Straßebahn wieder. Neue Linie. Oh, was ist hier los? Oh. Oh, oh. Wir kriegen wieder was. Oh nein. Da bin ich nicht so begeistert. So. Aber egal. Ich stelle für den Moment... Unsere Straßebahn wieder her. Und... Linien abschließe. Jawohl. So. Jetzt mal gucken. Was ist die Meldung? Wir haben wieder eine große Meldung. Oh. Ein Erdbebe. Oh je, oh je, oh je. Oh. Das ist auch nicht so gut. Ein Erdbebe. Und da fällt auch Wasser. Ich sehe gerade. Ah ja. Das fällt Wasser. Und da... muss man auch... Wasser hinsetzen. Sowieso. Muss ich zugeben. Wir brauchen auch wieder... Wasser. Dann machen wir hierher Wasser. An Wasserpumpe. So nicht Wasserpumpe, aber... Ah, das gibt nicht so viel Wasser. Ja, vielleicht... Besser an Wasserpumpe hier zu erstellen wieder. Jawohl. Und dann... Leg mal los hierher. Achtung, nee. Das wird nix, oder? Jetzt doch. So, jetzt Wasserpumpe, aber die Erdbebe, sehe ich nix. So. Jetzt, was ich habe angestellt, das ist diese... Abreißmodus. Oh, oh. Oh, jetzt. Jetzt da... Das wird geschüttelt. 5,9. Oh. Oh je, oh je, oh je. Oh. Was ist hier los? Oh, 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 oh. Oh, das macht auch die Straße kaputt. Oh, oh je, oh je, oh je, oh je. Was, wir haben alles gebaut. Wird sehr stört für den Moment. Oh je, oh je, oh je. Ah, diese Erdbebe. Uh. Das macht richtig schade jetzt. Oh je, oh je. Wir haben sehr, sehr viel... Äh... ...gehabt in diesem Spiel, oder? Tornado, dreimal und jetzt Erdbebe. Ha, ha, ha. Ah, jetzt gucke ich mal, was ist jetzt so hier los. So. Hier ist der Bericht. Gestorben Bürger, 177. Zerstörte gebaut, 91. Zerstörte Straße Seckmann, 1630 Meter. Brennen gebaut, 37. Brennenbaum, 19. Okay. Aber jetzt... ...sollte alles wieder repariert kommen. Ei, 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 ei. Aber wir gucken, Straße... ...muss ich sowieso reparieren jetzt. Oh, ei, 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 ei. So. Wenn das ist nur Straße, reparieren, das ist okay. So, Reparatur. 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 Okay. Ah, diese Erdbebe da... ...und, ah, wir haben wieder ein Problem mit Abwasser. Oh, ei, 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 ei. Okay, ich muss gucken. Mit Abwasser, das ist sowieso jetzt unser nächste Problem. Oh, je, oje. Da werde ich sagen, ich baue diese neue... ...Wasseraufbreitung. Ja, das muss man bauen jetzt. Und dann muss ich jetzt gerade... ...ähm, Moment. Hab ich das richtig gebaut? Ich weiß auch nicht, ganz sicher. Aber wir gucken, wir gucken. So. Jetzt eine ist... ...so, jetzt, Moment. Die zweite muss ich jetzt noch anbinden. So, jetzt. Jetzt wird langsam wieder... ...die Abwasser... ...och... ...wieder Problemen geregelt. Normalerweise. Wo ich... ...wo ich sehe, was hier... ...Außerbetrieb. Aha. Warum ist das Außerbetrieb? Da frage ich mich, warum das ist Außerbetrieb? Oder muss ich das... ...irgendwie... ...anschliessend darüber? Ah. Moment mal. ...Gebaut verschiebe. Ja, 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 ja. Da... ...da ist mein Problem jetzt. Gerade. Okay. Ich muss das... ...Umzug kost... ...Okay. Es kostet nicht so viel. Abwasserrohr nicht angeschlossen. Ja, weiß ich, weiß ich. Moment mal. Moment, Leute. Strom haben wir genug? ...Außerbetrieb. Da wollte mal... ...Ihre... ...Ach... ...Jetzt ist die Frage... ...Warum kann ich das nicht anschließen? ...Ach... 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 ...So... ...Moment mal. Ah, ich muss nur, dass ihr... ...Ach... ...So geht das. Ich hab gedacht, dass... ...Ich muss... ...die zwei... ...Ach... ...Ach... ...Okay, dann... ...Dann jetzt... ...nochmal soll das jetzt gehen, oder? Außerbetriebe. Warum ist das Außerbetriebe? Jetzt in normalen Betriebe. Okay, jetzt. Da hab ich nicht gedacht. So. Jetzt wieder muss ich gucken. Wo war das schlimm, das Erdbeben? Das war in... ...die Industriegebiet. Oh, das hat uns... Oh, hohoho. Oh, und das brennt hier. Hallo, hallo, hallo. Was ist los mit der Feuerwehr? Und da... Ach, du lieber Gott. Außerbetriebe. Abwasserstau. Ah, ja. Ja gut, die Abwasserstau, die hab ich jetzt... ...einige jetzt wieder repariere, oder? Das soll jetzt nochmal in Betrieb sein, die Abwasser, oder? Ach, ich guck, ich guck, ich guck. Abwasser... Ja, Abwasser ist gut. Ich frag mich, warum... ...jetzt haben wir diese Probleme darüber. So, ich guck auch grad mit euch. Ah, ja, weil... Ach, bestimmt... Ah, ja, ja, ja. Die ganze Wassersystem ist vielleicht ein bisschen zerstörer geworden. Ah, ja, die Abwasser-System. Ach, das läuft nicht mehr. Wir haben ein Abwasser-System, der nicht mehr laufe. Dann werde ich sagen, wir müssen wieder was neu bauen. Was ich hab' gebaut am Ersten... ...das muss ich jetzt bauen. Weil irgendwie... So, jetzt... Das sind viele Umbauen... ...die unser Geld kosten. Aber jetzt soll das funktionieren. Mit Abwasser, hier, oder? Wie ist das? In normalen Betriebe, okay. Ah, jetzt muss ich schauen, weil wir... ...wir verlieren Anwohner und... Oh je, oh je. 67% voll, okay. Was ist hier drüber? 64%... ...Entleerung, okay. Okay, alles okay. Aber jetzt... Ah, die Abwasser funktioniert wieder. Haha. Aber jetzt muss ich schauen. Die Straße. Straßennetz. Ah, je, 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 je. Ah, diese Erdbeer, der hat uns sehr, sehr viel gekostet. Aber das ist doch gut. Wenn Katastrophe kommt... ...dann wissen wir schon Bescheid. So. Verweserung wollte ich nicht. Ich will... Ich will nur... Ah, und ihr fällt eine Straße noch. Oh, das hat auch Straße kaputt gemacht. Okay, dann bauen wir so. Ne, wollte man keine Verweserung, wollte man eine Straße bauen. So. So, jetzt. Jetzt wird besser. So, ich schaue noch. Ah, jetzt, wir haben ein paar gestorben, okay, aber... So, was ich will gucken jetzt. Straßebahn. Wir machen einen Rund mit der Straßebahn. Oder? Haben Sie Lust? So. Wir schauen zusammen. Unsere Straßebahn. Wie das ist in unserer Stadt. Oh, so viele Leute kommen. Aha. Oh, Herr Krauke Wagen. Ja, hallo. Was ist los? Der fährt nicht weiter. Leit einsteigen. Ah, ja, jetzt. Aber das ist doch super. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Straßenbahnen, die einfach viel, viel nehmen. Ich hoffe mal. Ich hoffe, dass die nehmen viele Leute, weil sonst da aber Probleme haben. So, weiter geht's. Da ist der erste vorne. Okay, jetzt. Das ist super geregelt. Gucken Sie. Schaut dir das an. Da habe ich das gut überlegt. Diese Viertel zum Einsetzen mit Straßenbahnen. So, aber wo sieht die ganze Große aus? Sieht man nix. So, ansteigen Leute. Ansteigen, ansteigen. Sonst fährt es dem Straßenbahn weiter. Oh, nee. Das ist rot. So, Achtung. Jetzt ist es grün. Jetzt wacht er. Ah, nein. Der fährt nicht. Aber jemand hat dem Rot überfahrt, oder? Jetzt. Jetzt fangen wir weiter. Aber es gibt schon ein bisschen Chaos mit der Straßenbahn, oder? Wenn wir es mal so sehen. Weil der da vorne, der geht nicht weiter. Oh. Ah, jetzt doch. Und, hopp. Schaut dir das an. Das ist super. Ich finde, die Animation ist super gemacht. So. Hopp, hopp. Fahr mal weiter. Wir wollen alle sehen, wie das ist. In unserer Stadt. Stadt. Stadt Rundtour. Ist das ölt. Ah, das ist super, super, super. So. Ich glaube, wir haben nicht die ganze Rund gemacht, oder? Ich weiß nicht ganz. Aber ich glaube das nicht. So, jetzt. Wir warten kurz. Ah, der andere, der fahrt mehr schnell. Und jetzt. Achtung, das wird grün. Jawohl. Und das ist wieder, oh, Stau. Okay. Gut. Wir haben es gesehen. Ich finde das sehr nice. Wir haben auch Geld. So, ich gucke mal gerade auf die Aufnahmenzeit. Ah, wir haben noch fünf Minuten, oder sechs. Aber ich finde das wirklich klasse. Hoppla. Wir haben gut gemacht. Ich dachte, wo ich ein Problem gehabt habe, wie gesagt, da bin ich wieder bankrutt gewesen. In einem Erfolg. Aber ich habe das nicht aufgenommen, weil da ist, oh, ihr haben auch schon was gut hier. Aber ich gucke mal, was ist nebendran? Ah, ist alles frei nebendran? Ah, okay. Da könnte man vielleicht, nee, es wäre auch nicht frei gestellt. Dann vielleicht mal mal ein Pack. Ah, ihr werdet nicht benutzen. Ich kann das nicht benutzen. Ah, okay. Okay, okay, gut. Dann war man nicht. Platz mit Picknick, ja. Wo können wir das herstellen? Aber ich finde das okay. Oh, jetzt haben wir wieder was darüber. Kriminellisiert. Hopp. Wo das war die Kriminelle, die sind weg. Wo waren die Kriminellen, die sind weg. Und da haben wir ein kleiner Parkgestell. Und oh, da gucke ich auch wegen Gesundheit. Es wäre auch optimal, wenn wir auch wieder etwas bauen. Neue Krankenhaus vielleicht wäre auch optimal. Aber da gucke ich, wo gerade könnte ich schon best das machen. Sowieso, wir haben noch Krematorium freigestellt. So, ihr will ich auch nichts mehr bauen, ihr. Ja, vielleicht bauen wir ihr. So, Moment. Krematorium vielleicht. Ah. So, Krematorium, Mama. Oh, 25.000. Was ist das, ihr? Ansona. Ja, machen wir Ansona. Oder was? Ich glaube, dass die Leute werden auch zufrieden sein mit Ansona. Ajo. Und, äh. Was könnte man noch bauen? Oh, ich muss gucken jetzt wegen Müll wieder. Weil da ist uns ständige Probleme mit Müll. 50% voll, okay. Aber irgendwie, ihr könnt mal auch etwas machen. Ich habe auch nicht geguckt. Moment. Ah, ihr ist alles frei. Okay. Dann werde ich sagen, wir bauen Krankenhaus. Kostet wieder viel Geld. 65.000 kostet das. Vielleicht an Arztpraxis. Nebenan. Und werde ich sagen, Mama, Feuerwehre. Das wäre doch. Oder, nee, Mama, Polizei. Polizei. Wir brauchen auch Polizei. So. Jetzt haben wir auch etwas nützlich gemacht. Arztpraxis und Polizei. Ich habe mein Garten eine Fass voll mit löschten Schleimen gefunden. Wenn soll ich, was? War alles zu schnell. Und, das ist unsere Plane gewesen. Wieder neue strukturiert. Aber, mir gefällt es alles. Ah, die Abwasser. Abwasserproblem wieder. Warum ist wieder Abwasserproblem? Das schaue ich mir gerade mit euch zusammen. Abwasser ist alles super. Alles in Ordnung. Ja, dann machen wir vielleicht mehr. Ja, jetzt kriegen die wieder Wasser. Von wegen. Die beschwert sich alle. Das gibt Probleme mit Abwasser. So, jetzt. Ja, wie gesagt, wir müssen immer schauen. Oh, Mann. Oh. Oh. Ihr seid auch optimal. Polizei oder wer zu machen, wieder. So. Und ich gucke ihr, dass wir haben auch wieder Wasser drüber. Okay. Dann jetzt einmal Problem mit Kriminalität in unserem Industriegebiet. Dann machen wir auch etwas dafür. So. Hopp. Jetzt gibt es wieder zufriedenheit. So, ich gucke mal noch. Ihr. Oh. Ihr habt die Müllprobleme, wie immer. Und gestorben Leute. Aber die. Das gibt auch schon. Ein Friedhof in der Nähe. Hallo Leute. Sowieso. Hier kann man auch wieder was bauen. Das bauen wir jetzt gerade. Auch jetzt gerade. Ich habe. Oh. Wir können auch wieder. Anwohnerzahl. Dick. Machen. Dann machen wir auch dicke. So. Und ich werde sagen, machen wir auch. Dicke Viertel Shopping. Oder. Ne. Ich habe. Ich habe es nicht Shopping gemacht. Okay. So. Aber jetzt. Das wird auch wieder gebaut. Das ist doch super. Jetzt 19.000 Anwohner. Wir knacken bald die 20.000. Aber in dieser Folge glaube ich nicht mehr. Jetzt habe ich die Zeit. Auch im Augen. Ja. Diese. Industrie Viertel. Sollte man auch vielleicht gucken. Das in die Nacht. Mache ich auch. Etwas Verbesserung mit. So. Autobahn läuft gut. Das sehe ich auch gerade. Das wird auch super benutzt. Jetzt ist auch nicht mehr so viel Staud. Wie mal sehen. Gut. Die Landwirtschaft. Doch. Das wird vielleicht noch. Vielleicht ihre. Muss ich. Oh. Das machen wir auch jetzt schnell noch. Und dann wende ich auch die Part. Mit einer großen Straße. Egal über diese. Moment. Dann machen wir es so. Und. Äh. So. Und so. Jetzt. Jetzt haben wir die eine bessere Verbindung. Danach zum Autobahn. Das sind die Sachen. Verkehr. Und da gucke ich auch gerade. Vielleicht Ampel zu setzen. Oder. Weiß ich nicht. Gut. So. Gut. So. Ampel ist da. Okay. Okay. Gut. Das wird alles. Geregelt hier. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Dafür mache ich jetzt Schluss. Äh. War das. Ja. Es gibt wieder die Probleme mit Kriminalität. Aber. Ah. Weil die Straße ist nie mehr gebunt. Ah. Da habe ich auch etwas. Nie mehr gesehen. Aber gut. Dann machen wir eine große Straße noch. vielleicht hilft auch mehr die Verkehr. Ob egal. Dass die Sohn werden auch wieder verbunden. Und dann machen wir mal hierher wieder. So. Jetzt. Jetzt habe ich verstanden. Was war kaputt. Diese Erdbeer war trotzdem schade gemacht. Jetzt die Mühle. Okay. Die Mühle. Die kommen. Die kommen. Die kommen. Ich gucke mal gerade die Mühle stand. Das ist einmal gepaart für den Moment. Ihr seht auch. Ein bisschen mehr. Ich habe auch sowieso Lust. 34% voll. Entleerung. Stopp mal. Die soll auch wieder in Betrieb kommen. Oh. 99% voll. Oh. Entleerung. Okay. Jetzt. Jetzt schaue ich gerade. Warum ist wieder so viel Kriminalität darüber. Ah. Die werden festgenommen. Ja. Muss man auch gucken. Dass ich mal auch eine. Ein Gefängnis vielleicht auch in die Nacht. Aber wir werden sowieso. Alles noch erweitert. So. Ich gucke. Mit den Straßen machen wir gar nichts hierher. Ich will auch nicht für den Moment. Das war trotzdem. Ne. Das war nicht unsere neue. Ja. Aber ist okay. Jetzt. Mach ich Schluss. Ich wünsche euch noch alles gut. Und. Bis zum nächsten Mal. Und. Ciao.